Wie sicher sind Sie, dass Hamburger, die Covid-19 überstanden haben, nicht mehr ansteckend sind? Und ist die Hypothese, dass dies so sei, weiterhin die Grundlage für Ihre Maßnahmen? Also wir wissen natürlich jetzt auch nicht mehr, als alle anderen wissen. Wir haben die Empfehlungen und die Annahmen, die es gibt zu diesem Zusammenhang, werden berücksichtigt. Natürlich, nach dem, was ich aus Korea mitgelesen habe, ist es auch nicht so, dass diejenigen jetzt sofort wieder erkrankt sind, sondern dass man einfach festgestellt hat, dass diejenigen, die schon mal infiziert waren, ich nehme mal an, zwischendurch Test negativ waren, dann wieder Test positiv geworden sind. Ob die wirklich ein zweites Mal erkrankt sind, ist eine andere Frage. Und insofern sind wir hier noch einmal in einem Bereich, in dem wir noch mehr Informationen benötigen über die Frage, wie sich das Virus auswirkt und wie es mit den Immunitätsentwicklungen ist. Wir haben derzeit, das ist die gängige Hypothese, die Annahme, dass eine überstandene Infektion zu einer mindestens, sagen wir mal, zeitweisen Immunitätslage führt. Und genau wissen wird man das sicher erst später. Wir haben vor dem Wochenende bereits berichtet, dass wir zunächst einmal beginnen damit, auch in Hamburg diesen sogenannten Antikörperstatus zu ermitteln. Also mit einem geeigneten Test herauszufinden, wie entwickelt sich das Vorhandensein von Antikörpern als Hinweis auf eine Immunisierung in der Bevölkerung, weil das die gängige Hypothese ist. Das ist das, was aus analogen Überlegungen, aus anderen Virusinfektionen heraus, was sich jetzt als der Stand der Überlegungen anbietet. Das wird sich aber sicher erst im Laufe der nächsten Wochen und wahrscheinlich erst Monate herausstellen, ob die Annahmen, die wir dazu treffen, auch wirklich belastbar sind. Vielleicht direkt dazu, Herr Tschentscher, die Frage von Insa Gahl, wann denn massenhafte Antikörpertests kommen? Die Leopoldina hat ja empfohlen, dass deutlich breiter getestet werden muss, um eben diese verlässliche Datenbasis zu bekommen. Ja, das ist eine ganz praktische Frage, die sich aber zunächst einmal an die Testhersteller wendet. Es gibt derzeit in Hamburg, wenn ich das richtig weiß, zwei Tests, die eingesetzt werden, die gut etabliert sind, wo es auch Vorannahmen gibt zur Spezifität. Es geht ja immer darum, dass man auch einen Test hat, der wirklich die Antikörper gegen Corona, also Cov2 nachweist und nicht eine Kreuzreaktion hat mit anderen Antikörpern. Und insofern ist das jetzt erst einmal eine Frage an die Testhersteller. Vor einer Woche war das noch nicht so klar, ob dort ausreichend Möglichkeiten, bestehen, jetzt große Kollektive zu screenen. Aber das ist jedenfalls das Vorhaben, das es gibt. Und so wie die Tests hergestellt werden, ist es aber auch wahrscheinlich, dass man ausreichend Tests zur Verfügung stellen kann. Es geht ja darum, dass in diesen Tests rekombinante Antigene angeboten werden, also solche, die man im großen Maßstab herstellen kann. Insofern gehe ich mal davon aus, dass es über kurz oder lang möglich sein wird, genügend Tests dieser Art zur Verfügung zu stellen. Aber ob das jetzt praktisch so ist und ob es auch tatsächlich jetzt schon so ist, kann ich Ihnen noch nicht beantworten. Also können Sie Sch aff�elt werden,